Hallo allerseits, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Moyu, ich bin wieder auf dem Flughafen. Ich fahre heute wieder nach einem schönen, warmen Ort. Möchen, ratten Sie doch mal. Es gibt hier sogar ein kleiner Park bei dem Flughafen. Das ist doch sehr schön, oder? Aber es ist schon sehr kaltig in Beijing. Aber es ist schon sehr kaltig in Beijing. Das ist doch ein kleiner Park. 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 Ja, ich werde auf dieser Reise die Guangzhou-Province besuchen. Zwei Städte, Guangzhou und Foshan. Es wird seit langem gesagt, feines Essen kommt aus Guangzhou und talentierte Küche aus Shunde, also einem Bezirk von der Stadt Foshan. Ich möchte durch eine Reihe Videos Ihnen zeigen, wie die kantonesische Kultur und das weltberühmte kantonesische Essen in ihrer Heimat ausziehen. Seien Sie doch gespannt. Auf Wiedersehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020